hallo hallo was machen wir heute wir spielen die geschichte dieser crew wo ich hier habe einmal der zahl schei und das schenken den bing yu viel zu langer name ja jing wei nennen wir einfach jing wei eine chinesische göttin aber seltsam so auf jeden fall möchten die befördert werden um ein 10er zu fahren und was müssen sie machen sie müssen sich hoch arbeiten wir sind immer noch nicht im zug oder hast du einfach nur die aufgabe zu drücken könnte es sein dass ich beides hat okay ich mich verstanden gut ist ein tolles video wenn du mich nicht verstehst ernsthaft hast du das ist so ein chat geschrieben hast ich hab schon nichts reingeschrieben nein du und ich lese ja nur warte kurz ja ich hatte gerade wieder meine glorreichen vier fbs am anfang angriffen kann ich mal klicken nein warum nicht wo fahren wir denn hin worum der jese für bruder alles klar wir müssen unser heimatland stolz machen wir müssen uns selbst umbringen hoch auf hohohoho nein wirklich so haben wir schon oder sonst irgendwas gemacht wir gehen so harakiri und das war's end im gelände wow andy du bist ja positiv drauf und ich hab'n stand ja die klappe ist so bei mir leckt's übelst ja dann leck mal schön weiter er nämlich am schießen glaube ich und nein das nicht getroffen ich hab'n nicht getroffen ich werde sterben rette mich ich hab'n nicht getroffen ich hab'n die besatzung ausgeschossen ich bin tot bin stolz auf dich ich hab's land glücklich gemacht ja zum glück konnte die crew noch abhauen äh nein doch konnte sie nein es ist eine lüge doch nein sie sind feiglinge sie wollen befördert werden sie wollen nicht sterben deswegen hauen sie immer ab dann leben sie aber in schande jetzt kannst du mal sterben nö verlieren wir sowieso anders man man ist zum letzten schuss da habe ich noch 134 ja durch sterben und hier kommen wir die einzelne direkt das ist tot das schaffst du an vor dir ist auch noch was drei panzer ne wirklich und hinter dir kommt auch gleich noch was da ist noch ein jagdpanzer der muss leicht die Beute für dich sein jetzt ist mein eigenes Land darf ich nicht auf ihn schießen doch darfst du das ist ein Verräter weil Verräterschwein hinter dir ist noch ein Verräterschwein ach ne ist ein Ding ist ein Fanzose ja übrigens hinter dir ah uh Kette ja die Schlacht gewinnen wir und du spottest was macht der Typ denn da der wartet dass ich rauskomme ne der hat sich aber 10 mal im Kral die wurde in den Arsch geschossen ach man ja unser Land ist glücklich weil wir stehen direkt nebeneinander am selben am selben Punkt gestorben dann müsste ich auf dir stehen ne so ist auch gut an derselben Front gestorben nice FPS 3 alter und da sind wir auch schon in der dritten Runde äh 2 äh 2 äh 2 ich bin ein bisschen Brain äh auf K so wie immer und bei mir ruckelt es übelst anders du bist in Japan also das passiert übrigens zur gleichen Zeit wie der die Schlacht gerade von gerade eben ich spürt sie ja gerade gleichzeitig wir sind ja die Verbündeten von den anderen Typen da und wir müssen diese Front hier verteidigen aber ich verstehe mich ja weißer ist doch alles gut aber ob die Zuschauer dich verstehen wenn du so lägst du weißt schon das wird ja direkt ich habe mich aufgenommen du Idiot ja genau also liegt das nur am TS oder was der ist so ein Idioter Typ der weiß ja gar nicht ich werde ich okay äh nee doch du drückst ich weiß mit Absicht so jetzt lasst mich mal ein bisschen kommen und euch zerstören hallo hier doch was kaputt machen kann sie was treffen nee also ich stehe ich hier so wie angeboten aber aber ich würde ich kann getroffen werden aber ja ich nicht von einem Narshorn au au Hummel ein Horn Nars ach ich liebe Arti immer magst du mich warum ja ich werde immer von der bevor groß am ersten okay wow ich schieße gell die ganze Zeit passiert nichts dann schieße ich dann bewegt sich das Teil ich wurde vom KV 1 angeschossen naja jetzt war noch was die kleine Wummel drauf wenn du aber später die HE Wummel drauf hast ich werde die ganze Zeit angeschossen mach ich doch auch ich wurde die ganze Zeit vom Narshorn angeschießen das kommt aber die ganze Zeit nicht durch das ist irgendwo da hinten ja wo hast du markiert Aua Panzer ist das L nein nein die wollen mich umbringen also ich will jetzt mal sterben stell dir vor die wollen mich umbringen ich weiß nicht warum ich hab denen nichts getan ich will gerne den KV 1 S töten lebst du noch? ich lebst du noch? ne 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 macht und du ich schon wie geht's mit dir hat er noch keinen schaden gemacht aber ich habe wir hatten gekettet und meine besatzung ist betäubt ja schon ist an mir gebaut und jemand ist durchgekommen und ich fahre weg habe angst dass jemand kommt um mich umbringen will aber ich habe doch geschossen warum hat er nicht geschossen und so guter letzt unsere lieblings rekruten es tut mir leid die sind halt einfach alles so ähnlich aus was was hast du denn ich habe einen falschen panzer gewählt ja ist doch egal sind alles einsatz in alle gleich aus wo bin ich wo bin ich ja wie gesagt wo bin ich ja fahrt zurück wir sind gerade ehemals die leckte akkord er besser ob es sind das ist schön du bist im spiel max lex oder ja gerne er sich zu wünschen du bist tot das war es dann auch schon wieder was ist wieder wenn du meinst aber ich lebe doch noch ist mir egal Arschloch standard gelaber bla 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 like abonnieren wenn es gefallen hat wenn du nichts mehr verpasst wollt tschüssi kopf zu geben auch aufs gieß schau